Guten Tag! Östringen liegt im Landkreis Karlsruhe. Die Stadt ist durch ihre günstige Verkehrsanbindung vor allem bei Pendlern beliebt. Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg sind bequem zu erreichen. Außerdem liegt der Ort am westlichen Rand des Kreichgaus, einem beliebten Weinanbaugebiet. Das Haus Ulrich besteht aus vier Etagen, auf denen man einen Wohngruppenbereich für demenziell erkrankte Bewohner findet, sowie drei Pflegewohngruppen. Der Neubau ist großzügig konzipiert und modern gestaltet. Selbstverständlich sind auch eigene Möbel willkommen. Eine moderne Notrufanlage, Rundfunk- und Fernsehanschluss sowie ein Telefonanschluss sind bereits installiert. Die integrierten Sanitärbereiche bestehen aus einer modernen Nasszelle mit Dusche, WC und Waschbecken. Kommen wir nun zu den Highlights des Haus Ulrich. Das Gebäude besteht aus 70 Einzelzimmern und 15 Doppelzimmern. Kaufpreise ab 159.900 Euro. Die Rendite beträgt anfänglich 4,64% auch bei Leerstand. Wir haben einen Mietvertrag von 20 bis zu 30 Jahren Länge mit Verlängerungsoptionen plus staatlicher Refinanzierung. Eine automatische Mietsteigerung und Inflationsausgleich von 66%. Mit der Vitalis GmbH einen bonitätsstarken Betreiber. Es handelt sich um ein KfW-Effizienzhaus und historisch niedrige Zinssätze. Allgemeine Informationen über die Investition in eine Pflegeimmobilie und für wen sie besonders geeignet ist, finden Sie auch auf dieser Seite in Form einer PDF-Datei. Nach dem Klicken auf den Anfragebutton gelangen Sie auf das Kontaktformular, das Sie bitte ausfüllen und auf Abschicken drücken. Einer unserer unabhängigen Experten steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Selbstverständlich für Sie kostenlos und unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie und helfen Ihnen gerne.